jetzt kommt zu einem neuen video ja jetzt habe ich wieder diesen leck immer wenn ich meine videos starte. Machst du bitte mal das Handy leiser? Kiki, bitte das Handy bisschen leiser machen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mich erstmal entschuldigen für meine Grafik bei meinen Videos und ich wollte mich entschuldigen, dass man mich nie gut hört. Also das ist immer so raschelt, das fällt mir in meinen Videos meistens auf, dass man mich entweder nicht hört oder es halt so eine schlechte Qualität und so verschwommen ist. Ich versuche meine Videos zu schneiden. Ich versuche es, Leute, aber es geht einfach nicht besser. Es tut mir leid, wenn jetzt zum Beispiel eine schlechte Grafik ist. Ich stelle immer auf 480p, die wohl Ahnung davon haben und ja, also... Auf jeden Fall wollte ich mich dafür halt entschuldigen für meine schlechte Grafik und sowas. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich versuche auch in Zukunft das besser zu machen, dass man mich auch besser hört und so. Ähm, ja, also... Ja, einfach... Ich wollte mich einfach nur entschuldigen. Und ja, heute wollte ich... Guck... Warte, auf jeden Fall. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich versuche mich auch zu bessern und ja. Aber das Thema war heute überhaupt nicht das Video. Also, denn ja, ich versuche jetzt öfter Videos zu machen. Ich habe heute Morgen schon ein Video gemacht. Jetzt mache ich wieder ein Video. Und ja, danke für die, ähm, 34 Abonnenten. Vielen, 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 vielen Dank. Ich bin richtig, richtig, richtig dankbar. Vielen, vielen Dank. Aber wenn du den Kanal nicht abonniert hast, war das richtig. Aber ich freue mich immer übelst, wenn ich ein Abonnent merke. Leute, ihr wisst nicht, wie ich mich da immer freue. Das wisst ihr gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich immer freue. Es ist einfach geil. Und ich kann irgendwie mein Haus nicht ablesen. So. Ja, Leute. Auf jeden Fall, ja. Das heutige Video ging gar nicht darum. Ich habe mir nämlich ein Metal Ox traded. Den habe ich Amber genannt. Und ja, also, ja, den habe ich mir gegen eine normale Bee, ähm, von der lieben Sandra, glaube ich mal, ertradet. Vielen Dank nochmal an dich. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, Leute. Auf jeden Fall, ja. Also, ich wollte heute ein bisschen traden, weil, Leute, ich habe halt noch ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel noch eine Bad Box, wo ich traden kann. Oder Aussie-Ex bei diesem Jahr. Bisschen besonders. Und was ist das jetzt für ein Pack? Ich habe hier oben nicht so gut Internet in meinem Zimmer. Und meine Schwester macht gerade Handy, deswegen, ja. Also. Ja, Leute. Ich trade jetzt ein bisschen. Ich versuche auch aktiver zu werden. Ich halte, als ob das Zwillinge sind. Ah, das sind. Achso, die machen das von TikTok nach Aichi und Melissa. Oh ja, apropos TikTok. Ihr könnt mir auch gerne auf TikTok folgen. Mein Name, das ist auch noch in der Videobeschreibung. Lissi-Loro-B644. Ihr könnt gerne in der Videobeschreibung nachgucken, wie das geschrieben wird. Denn, ja. Ihr könnt mir auch gerne folgen, falls ihr TikTok habt. Ja. Genau. Und ich hätte gesagt, ich trade. Das ist jetzt nicht so ein guter Server. Ich hätte gesagt, ich wechsle jetzt mal kurz Server. Zu Sandra. Die hat mir ja das gewählt. Und ja, Leute. Es ladet eigentlich relativ schnell gerade. Deswegen mache ich jetzt keinen Cut oder sowas. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, bei mir ladet das immer Alarm. Sorry. Deswegen sehen wir uns doch lieber gleich wieder. Leute. Wir sind im selben Server. Es ist so, ich wollte gerade Sandra beitreten. Dann ist mein Internet nicht gegangen. Musste ich verlassen. Und ja, Leute. Jetzt bin ich im selben Server und der ist total leer. Kannst du mal ein bisschen ruhiger machen, äh, leiser machen, dein Handy? Danke. Hallo? Bisschen leiser, bitte. Ich versuche mal kurz in einen Ridge-Server zu kommen. Bis gleich. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, ich komme in einen Ridge-Server. Aber der war voll, Leute. Es waren, glaube ich, 47 und 48 Spielern. Und ich bin trotzdem in einem schlechten Server gelandet. Das ist schade, weil ich habe so lange versucht, hier reinzukommen. Wir gucken mal beim Lunar New Year Event, ob da vielleicht, ähm, viele Leute sind. Jo, Leute. Da sind die Leute, also. Okay, Leute. Ich schreibe einfach mal rein. Die Netbox schreiben. Ich habe vergessen, die Freunde Dings anzumachen. Aber das ist echt nur Ridge-Server. Okay, Leute. Ich warte jetzt erstmal auf Trades. Bis gleich. Die erste Trade-Anfrage. Und sie ist futsch. Ist die Trade-Anfrage jetzt weg? Kannst du mal ruhiger sein? Hör auf. Leute. Achso, da ist also die Trade-Dings da. Ich hole mal die Badbox rein, ne? Und ja. Nee, sorry. Ich habe schon Metal Ox. Und ich finde das jetzt auch nicht so krass. Kannst du mal ein bisschen ruhiger sein? Bitte. Danke. Also, nee, sorry. Ja, klar. Du kannst offern. Bei mir lag es nur ein bisschen. Ähm. Achso, den Snowball Launcher kann man doch traden jetzt. Äh, nee, sorry. Das ist voll eine schlechte Offer. Ich gucke mal, ob ich auch so... Ah, ja, ich habe das tatsächlich auch schon. Dieses Ding, wo war es denn hier? Dieses Candy, bla bla bla. Toi. Äh, nee, sorry. Das ist nicht wert. Glaube ich mal. Und... Und... Sie so wie... Sorry, ich kann den Trade nicht annehmen. Wenn ich den nur schlecht finde. Sorry, es tut mir leid. Ich will eine Bad Box. Nee, sorry. Aber da musst du auch gut offern. Äh, ich schreibe mal nochmal rein. Und wir haben den nächsten Trade. Und sie... Traded schon. Oh mein Gott, Leute. Hatte da gerade jemand eine Rite Potion? Ich muss dafür offern. Ich muss einfach für eine Rite Potion offern. Wer hat denn jetzt nochmal die Rite Potion? Sie ist so schnell... Oh, hier war nicht. Ärgerlich, Leute. Ärgerlich, sage ich nur. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Kannst du mal ein bisschen ruhiger machen, dein Ding? Bitte. Kiki, bitte. Mach ruhiger. Alter, sind sie alle auf den Eindrucken, oder? Ja, Leute. Ich frage mich, warum... Hä? Okay, Leute. Es läuft immer noch das Video, oder? Ach so, ja. Das Video läuft immer noch. Ich dachte, das wäre jetzt rum, Leute. Genau. Leute, warte mal. Wir traden mal ein anderes Pad. Wir traden mal ein Pad. Und zwar traden wir... Unsere Turtle, da werden wir, glaube ich, schnell angetradet. Turtle ist nämlich ein recht beliebtes Pad in Adopt Me. Und mein Internet geht gerade so krass schlecht, Leute. Mein Internet geht so schlecht. Und schon bekommen wir ein Trade. Und bei mir lag es so sehr, dass ich diesen Trade nicht mal sehen kann. Das ist voll kacke. Aber gut, wir warten einfach jetzt. Ah, jetzt. Aber ich habe leider schon einen. Die hat sogar ein Ride. Aber nee, sorry. Das ist irgendwie ein bisschen schlecht. Bisschen schlecht. Bisschen, bisschen, bisschen. Nee. Ich habe geschrieben, wer Ride-Potion hat. Aber ich will unbedingt für eine Ride-Potion offern. Und warum bekomme ich jetzt so viele Trades? I don't know. Ein was? Ein Fly-Ride. Ach so. Nee, ich mag keine Chaos irgendwie. Das hatte ich vorhin fehlendes Stream-Pad. Aber ich bin jetzt nicht Fan von. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Ich wollte mir auch mal Neon-Otta machen. Es kommt aber bald die Folge. Und, Leute. Ah, der hat Ride-Potion, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte für Ride-Potion offern. Ich möchte. Ist in einem Trade. Er ist in einem Trade. Ich muss ihn antraden, Leute. Bitte, bitte, nimm an, nimm an. Nimm, nimm an. Ich möchte kein Trade. Nein, nein, nein. Lass mich alle in Ruhe. Ich möchte nur, ich möchte nur den antraden. Nein. Er hat die Ride-Potion vertradet, oder? Ja, Leute. Er hat die Ride-Potion gegen einen Kitsun vertradet. Da hatte ich halt Pech. Aber ich gucke mal, wer denn hier noch eine Ride-Potion hat. Ähm. Wer hat denn hier noch eine Ride-Potion? Äh. Wartet mal, Leute. Einen Moment kurz bis gleich. Leute, ich habe gerade gemerkt, dass meine Internetverbindung so schlecht ist, dass ich das Video leider beenden muss. Und ich glaube, beim nächsten Video kommt Häuser bewerten oder Outfits zeigen. Also ich zeige meine, wieder in Outfits. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Das wäre richtig nett. Wie schon gesagt, ich freue mich über jeden einzelnen Abonnent von euch. Ja, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall danke jetzt schon fürs Abonnieren. Und ja, wenn wir die 100 Abonnenten geschafft haben, wie schon gesagt, gibt es eine richtig krasse Überraschung. Aber die kommt erst bei 100 Abonnenten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik